so und da sind wir schon wieder ganz schnell auf switch sonst hätte es auch kein guter herzlich willkommen zurück zu einer anderen runde und die instanz der zweiten part von dieser instanz geht in die zweite runde okay das war ein bisschen doppelt gemoppelt alles aber egal sagen wir einfach so die instanz geht in die zweite runde und wir sind immer noch da also gut mal wie schnell das hier mit der ep geht das merke ich gerade was da los nico alles klar es sprengt einfach unseren ep behalten hihihi oh da ist ein boss ne ich bin mal gespannt alles da ich habe ja auch den den müssen wir machen oh leil keine mobs drehen drehen hihihi alles jahe höbes level oh ich habe nachtläufer bekommen was hast du nachtläufer bekommen schuhe oh die sind besser wieso wird mir dann hier noch was angezeigt Oh, hier ist noch was! Brauchen wir hier noch? Wo? Ja, hier! Ja, was brauchen wir denn jetzt? Jetzt trifft Jelena. In den oberen Räumen. Und die ist da hinten. Aber was wird denn hier angezeigt? Keine Ahnung. Ihr auch? Ja, mir wird auch noch so eine 1 angezeigt. Hm. Vielleicht da drin mal gucken, ob hier noch irgendwas steht, was wir hier loopen müssen oder so? Hm. 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 Mysterious. Mysterious, Mysterious. Hm. Naja. Es ist ein Fall für... Cobra 11. Ja, gut. Was wolltest du denn sagen? In Ordnung. Das ist ein Fall für... Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Galli-Deo-Mystery. Alles klar. Galli-Deo-Mystery. Es ist ein Fall wieder für... Tarot! Blü-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. So. Oh. Okay. Hallo. Kommen. Springe. Alles klar. Alles klar. Yes, boom. Oh. Leute. Ich bin hier welche... Hier. Hier... Ah, da ist er. Ja. Druf! Druf! Hallo! Jetzt kommt das Beste, ja? Alter, klar weg. Ha! Kletter, 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 kletter. Die beste Animation. Ja. Und auch wenn man ganz oben ankommt. Bei mir greift der einfach neben diese Teile. Guck mal jetzt. Wie lange das dauert. Alles klar. Das sieht so aus, als verreckt der da ja. Okay, leider. Ich kann sie nicht verlassen. So. Oh. Ich habe irgendwas geschafft. Ich kann aber nirgendwo was abgeben. Hals juckt. Alles klar. Rein da. LOL! Da ist irgendwo ein Boss, ne? Hm? Da ist irgendwo ein Boss dazwischen. Ja, dahinter. Genau. Ja. Huh. 20.000. Da geht's ja noch weiter. Oh. So. Ist das der End Boss, oder was? Nee. Oh. 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 Nein, ich habe nicht getroffen. So. Nice. Ich habe Handschuhe bekommen. Echt? Äh, ja. Habe ich auch Handschuhe bekommen? Oder hast du die nur bekommen? Äh, ich glaube nur ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alter. Nein, der falsche Skill. Sag doch was. Hä, ich sehe das doch gar nicht. So. Ich würde sagen jetzt kommt der End Boss. Was? Äh, nee. Immer noch nicht. Oh, der ist noch nicht. Äh, ja. Boah, das sieht so aus, als hier der End Boss drin wäre. Das ist der End Boss doch. Nein. Nein. Immer noch nicht. Ich habe Level 29 erhalten. Erreicht. Nicht erhalten. Oh, der der ist. Aber. Der ist auch. Die 30.000er-Krits, nico. Er blutet vor mir aus. Oh, das Tor geht auf. Oh, ich muss hier folgen, oder was? Alright. Ja, wo ist hier hin? Was müssen wir jetzt machen? Den Boss, würde ich noch sagen. Mit dem Leiter durch. So. Mit der Leiter durch. Ja, ist eine gute Beschreibung. Ja. Ach, da läuft die. Hä, wo läuft die Leiter? Äh, was? Wo läuft die Leiter? Ja, irgendwo da hinten. Keine Ahnung. Strebe. Ja. Bogen, Schütze macht aber irgendwie Fun. Oh, das ist auch nicht. Ach, hier ist sie. Wo? Oh, gehoben geht. Ach so. Ach so, die Frau. Oh, ich hab die gar nicht gesehen. Wie lange braucht die denn? Müssen wir jetzt mit der Leiter erster wieder runter? Äh, ja. Huh. 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 Ich glaube, wir müssen noch mal hoch. Ich befürchte es. Warum? Wo kommt die denn jetzt? Ich glaube, die kommt nicht. Die schafft es nicht über diese coole NPC-Wand. Ja, ich habe auch noch was geschafft. Der macht so einen Damage, ne? Hm? Ja, diese Feuerattacke. Ja, keine Ahnung. Hab ich nicht gesehen. Toll. Ich bleib immer an dir hängen. Ich bin nicht getroben. Nice. Oh, no. Alright. Oh, was ist das? Hm. Das sieht mir jetzt noch postraum aus. Ich hab vielleicht ein bisschen Blut auf dem Boden. Mein verpixeltes Blut auf dem Boden. Hm. Ich hab mal was getroffen. Ich hab mal was getroffen. Oh, man. 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 Nun läuft er Ja Ja Oh good Get the bomb Nein! Der Boss ist vergiftet wegen meinem Giftfallen! Komm schon! Uh! 36.000 Ich habe Gold Sachen bekommen! Loll GG! Du auch? Oh, nein! Hey, wieso nicht? Wieso nicht? Die bekommt man aber gesagt! Wenn man die Quest abgibt... Dann... Wie hast du die dann abgegeben? Ja... Hier bei Cardi? Ja... So, ja... Da kriegt man Gold Sachen! Ich hab' gerade was Goldenes bekommen! Doch! Ich hab' gerade was Goldenes bekommen! Wie bitte? Ich hab' gerade was Goldenes bekommen! Hm... Mh... Irgend... Dämonen Feind Hanisch Level 3! Und Schuhe hab' ich bekommen! Ja, aber dann wahrscheinlich aus der Indie wohl! Hast du irgendwas Goldenes bekommen? Ah, ne... Neu... Dann hab' ich zwei Goldenes bekommen! Mhm... Okay... Mh... Nun, das ist perfekt zum Cutten! Denn wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Das heißt... Derateratera! Danke für die Instanz! Und bis zum nächsten Mal! Hm!